So, heute bin ich mal bei Mainova, unserem Premium Partner für Energie. Und warum? Weil es hier gleich was Feines abzuholen gibt für die Versteigerung für den Verein Hilfe für Krebskranke Kinder. Schönen guten Tag. Ich soll was abholen. Wir haben eine Versteigerung. Oh, der sieht gut aus. Dann gucken wir mal da rein. Und da ist das gute Stück ja schon. Da hat sogar noch ein paar Sachen dazugelegt, herrlich. Was haben wir dann hier? Ein original in Acryl eingearbeitetes Stück Geschichte. Nämlich ein Stück des Rasens vom Frankfurter Waldstadion. Ist das nicht geil? Da wird sich derjenige, der den ganzen Pamphlet ersteigert, neben dem Trikot und den anderen Dingen, die es im Handel ja sogar nicht gibt, wird sich mächtig freuen. An der Stelle mal ein riesen Dank, Herr Börner von Mainova, für dieses kleine, sensationelle Stück Geschichte. Schönen guten Tag, Herr Börner von Mainova, für dieses Video. Wie gut, Herr Links! Auch mal, Herr Börner von Mainova! take this l graphic, es gibt es diesmal für uns, das направOULD